unser nächster tipp heißt steven fortes von ostende das ist jetzt kein topklub aber durchaus ja ich denke mal mit den richtigen spielern kann man da trotzdem ganz gut punkten aus der belgischen liga ersetzt gerade aktuell beim afrika cup noch unterwegs und vom preisniveau her ist jetzt nicht ganz unten zu bekommen aber doch recht günstig wir sind hier wo er eigentlich auch stehen kann und ja da hat er einfach kommen einfach aus würde man sagen ersatzmann und hat sich dann zum zum starter hochgespielt und hat auch hier immer mal wieder seine vorlagen gegeben wir sehen hier die letzten spiele waren schon afrika cup und nicht mehr für ostende und ja der kommt auch bald wieder zurück und ja scoret hoffentlich auch besser wie jetzt beim afrika cup das war nicht so berauschend außer im ersten spiel gegen ethiopien aber ja der kann durchaus mehr ist eigentlich jemand der mehr oder weniger voll spielt zumindest auch seine 75 minuten falls einmal ausgewechselt wird aber hier eigentlich alles 90 minuten und in dem bereich zwischen 50 und 60